hallo leute wir haben noch kurz vorm 10 dezember bei mir ist jetzt noch der 9 dezember bei den adventskalender gewinnspielen und gestern am 8 dezember habe ich ungefähr an 300 gewinnspielen teilgenommen heute habe ich es auch wieder geschafft an 300 gewinnspielen teilzunehmen jetzt ist gerade kurz vor 0 uhr jetzt bin ich gerade auf dem heimweg und ja heute habe ich noch eine gewinn mitteilung bekommen dass ich einen weber gas kill gewonnen habe den werdet ihr dann die nächsten tage sehen wenn ich ihn auspacke also machts gut leute ciao alles gute und viel glück weiterhin